Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Effekte nachhaltig sind und viele von ihren Schmerzen befreit werden können. Als Ergotherapeutin kann ich somit zusätzlich auf einer Ebene arbeiten, die Spaß macht und zur Lebensfreude beiträgt. Der Inhalt ist sowohl in Theorie wie auch Praxis. Das Schöne an der Ausbildung ist, dass sie ohne Musik- und Tanzvorkenntnisse erlernbar ist. Es ist ein Tool-basiertes Konzept und die kann ich unabhängig voneinander einsetzen. Die Neurotango-Tools sind ganz einfache Tools und die Konzepte von Neurotango sind sowohl im Sitzen stehend oder in Bewegung oder auch für Liegenpatienten geeignet. Die Neurotango-Tools sind ganz einfache und die Konzepte von Neurotango-Tools. Die Neurotango-Tools sind ganz einfache und die Konzepte von Neurotango-Tools. Die Neurotango-Tools sind ganz einfache und die Konzepte von Neurotango-Tools.